Ist der Multiplayer-Modus von Star Trek Armada 3 einer Mod für Sins of the Solar Empire kaputt? Dieser Frage möchte ich mich in diesem Video widmen, zu dem ich euch recht herzlich willkommen heiße. Wie man diese besagte Mod grundsätzlich installiert, darauf bin ich in einem anderen Video eingegangen, indem ich genau erkläre, wie man Star Trek Armada 3 in der finalen Version für Sins of the Solar Empire Rebellion installiert. Und wenn euch das interessiert, das habe ich euch dementsprechend in der Infobox verknüpft, dann schaut da gerne mal rein. Ja, wie komme ich darauf, dass der Multiplayer hier kaputt sein könnte? Es ist so, dass ich nach einer kleinen Let's Play-Serie einen Livestream durchgeführt habe und mit mehreren Spielern plus KIs eine Multiplayer-Runde gespielt habe und es dort immer wieder zu Problemen und Instabilitäten gekommen ist, die dazu geführt haben, dass immer wieder einzelne Spieler rausgeflogen sind. Und wenn ihr euch das teilweise Trauerspiel, obwohl es sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen, einmal anschauen wollt, den Stream habe ich hier auch in den Infokarten verknüpft. Und ja, eine kurze Recherche hat ergeben, dass offensichtlich viele oder einige Leute vielleicht auch aus unterschiedlichen Gründen Probleme mit diesen Abstürzen haben, die umso ärgerlicher sind, weil zumindestens mir es nicht gelungen ist, einen zwischenzeitlich zum Beispiel über Autosave gespeicherten Spielstand erneut zu hosten und meine Mitspieler wieder mit in die Session reinzubringen, was dazu geführt hat, dass jeder, der rausgeflogen war, dauerhaft durch die KI ersetzt worden ist. Was natürlich schwierig ist, wenn man mal einen schönen Abend im Multiplayer gemeinsam verbringen möchte. Eine mögliche Lösung des Problems kann darstellen, dass man, ja, also eine grundsätzliche Möglichkeit, das Problem zu lösen, wäre eine ältere Version von der Star Trek Armada 3 Mod zu verwenden. Wobei hier das Problem auftreten könnte, dass diese Mod-Version mit der aktuellen Version von Sins of the Solar Empire Rebellion nicht kompatibel ist. Da müsstet ihr euch einfach mal hier die Details der verschiedenen Versionen anschauen oder das Ganze auch mal ausprobieren, was da eventuell mit der aktuellen Version kompatibel ist und was nicht. Aber selbst wenn ihr hier eine Mod-Version spielen wollt, die mit der aktuellen Sins of the Solar Empire Rebellion Version nicht kompatibel ist, gibt es hierfür möglicherweise eine Lösung. Ja, und die Lösung kann so aussehen, dass man sich hier im Beispiel, zum Beispiel im Steam Launcher, die Eigenschaften des Basisspiels aufruft. Und hier gibt es die Möglichkeit, unter Betas ältere Versionen von Sins of the Solar Empire Rebellion auszuwählen. Und man sieht ja schon wieder deutlich, wie viel Wert die Entwickler auch auf eine Mod-Freundlichkeit des Spiels gelegt haben, sodass es hier verschiedene Versionen gibt, die augenscheinlich oder hier zumindest von der Beschreibung ausschließlich für die Benutzung von Mods gedacht sind. Ich habe es jetzt offen gesagt selber nicht ausprobiert, aber jedenfalls solltet ihr hier auch für ältere Mod-Versionen die passende Hauptspiel-Version finden und dann darüber auch ältere Mods zum Laufen bekommen, die dann hoffentlich insbesondere im Multiplayer stabiler funktionieren. Möglicherweise muss da auf die ein oder andere Neuerung der finalen Version oder neueren Version verzichtet werden. Aber unter uns gesagt, die neuen Optionen und Funktionen nützen ja auch alle nichts, wenn man das Spiel im Multiplayer nicht stabil spielen kann. Ja, lasst mich doch gerne in den Kommentaren auch mal eure Erfahrungen wissen. Zum einen mal zu Star Trek Armada 3 Mod für Sins of the Solar Empire Rebellion Singleplayer oder vielleicht auch eure Erfahrungen und oder auch Lösungsmöglichkeiten, die ihr selber gefunden habt, um das Ganze im Multiplayer stabil zu bekommen. Da können wir uns gerne auch ein bisschen austauschen. Und vielleicht ist das ja dann auch für andere Spieler von Interesse. Da würde ich mich sehr drüber freuen und sage an der Stelle bereits herzlichen Dank. Ja, es lag mir am Herzen, euch diese Informationen zu Star Trek Armada 3 zukommen zu lassen. In meinen Augen übrigens eine ganz tolle Mod und Sins of the Solar Empire Rebellion, obwohl es schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, in meinen Augen immer noch ein lohnenswertes Spiel. Und ja, wenn ihr mögt, schaut doch da gerne auch mal euch die komplette Playlist oder das Angespielt dazu an. Da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Ja, und bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.